Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Es ist endlich soweit, es geht weiter mit PimpMyPC, eurem Lieblingsformat. Und dieses Mal pimpen wir ein ganz besonderes Setup von einer ganz besonderen Person, die ihr vielleicht auch kennt. Das Ganze wird auf jeden Fall super spannend und natürlich lohnt sich das Ganze auch für euch wieder. Deswegen unbedingt dranbleiben und alle Infos gibt's nach dem Intro. Jetzt geht's los. Bevor's losgeht, erkläre ich euch nochmal, was PimpMyPC ist. PimpMyPC ist unser Format, wo wir eure alten Setups, eure alten PCs wieder richtig fit machen, wieder auf den neuesten Stand der Technik bringen. Und ja, wir haben schon eine erste Staffel gehabt, die hatten wir letztes Jahr. Da hatten wir einen Livestream, der über 10.000 Zuschauer gleichzeitig hatte. Insgesamt haben, glaube ich, über 100.000 Leute zugeschaut. Das war ziemlich, ziemlich krass und auch auf YouTube hat das ziemlich Wellen geschlagen. Also schon ziemlich, ziemlich cool und ja, ihr kennt uns. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt erstmal wieder ein Jahr nichts von diesem Projekt. Jetzt geht's wieder weiter mit PimpMyPC. Und wie es dazu gekommen ist, das verrate ich euch jetzt. Denn wir haben uns ja vor kurzem auf TikTok angemeldet. Und auf TikTok gibt's eine ganze Reihe cooler Hardware-Creator. Lustigerweise hat uns vor einigen Tagen einer von denen in einem Video markiert. Also ein Video, was an uns gerichtet war, wo er uns quasi dazu aufgerufen hat, ob wir ihm nicht helfen wollen, weil er einen alten PC und ein altes Setup hat. Und ja, wir haben uns das angeschaut und wir fanden das ziemlich cool, die Idee dahinter. Deswegen haben wir uns gedacht, dem guten Mann wollen wir doch helfen. Und ich denke, ich zeige euch jetzt am besten einfach mal den TikTok, den er aufgenommen hat. Gesehen von meinem gesundheitlichen Zustand momentan, ihr merkt, ich gehe ins Krankenhaus, komme wieder, gehe ins Krankenhaus, komme wieder, bin ich mit der Qualität auf diesem Kanal absolut nicht zufrieden. Ihr könnt die beste Kamera haben, aber wenn das Licht schlecht ist, ist die Qualität schlecht. Ich zeige euch mal, was ich so benutze. Als Beleuchtung benutze ich dieses No-Name Ringlicht von Amazon. Das hier übrigens auch. Als Hauptmonitor benutze ich meinen Samsung-Fernseher aus 2014. Und als Zweitmonitor so ein Bello Toshiba-Fernseher, den ich in der Garage gefunden habe. Mit dem Ton bin ich aber echt zufrieden. Das Fifine K658 ist echt top. Mal am meisten hat meinen Tisch gelitten, guckt euch mal die Kerben an und so. Und auch mein PC kommt an seine Grenzen. Kennt ihr Hardware-Deals mit seiner Pimp-My-PC-Reihe? Von seiner Pimp-My-PC-Reihe weiß ich, dass er immer die krassesten Setups macht. Markiert ihn doch mal unter diesem Video, vielleicht kann er mir helfen. Darauf haben wir natürlich geantwortet und das ist jetzt Mohameds Reaktion auf unsere Antwort. Also Mohamed, erstmal eins, deine Community ist wirklich überkrass. Es haben uns so unendlich viele Leute auf deinem TikTok markiert, das ist echt kaum zu glauben. Und ich kann dir noch eins sagen und zwar, wenn es jemand verdient hat, einen neuen PC und ein neues Setup zu bekommen, dann bist es auf jeden Fall du. Und selbstverständlich wird es jetzt eine Special Edition Pimp-My-PC nur für dich geben. Du wirst einen neuen PC und ein neues Setup kriegen und wir werden uns noch einiges anderes ausdenken. Du kannst auf jeden Fall gespannt sein und ihr könnt alle gespannt sein. Wir haben uns ordentlich schon was ausgedacht und wir werden euch natürlich bei dem Ganzen mitnehmen. Wie ihr sehen könnt, ist der Mohamed ein richtiger Strahlemann und der macht Technik-Content auf TikTok. Also nicht nur PC-Konfigurationen, sondern der testet auch Sachen und der macht Tutorials und so weiter. Und wir finden das Ganze ziemlich cool und wir wollten ihn natürlich unterstützen. Das ist sozusagen ein kleines Herzensprojekt von uns und deswegen haben wir uns dazu entschieden, ihm halt ein komplett neues Setup hinzustellen und noch vieles, vieles mehr. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Wir haben uns da viele coole Sachen ausgedacht und wir haben uns auch einige Sponsoren dafür an Land gezogen. Asus, Nvidia und Intel unterstützen uns bei diesem Projekt, also unterstützen ihn dabei. Das wird auf jeden Fall ein ziemlich cooles Projekt und uns ist natürlich auch immer wichtig, dass wir von der Community nicht nur nehmen, sondern auch was zurückgeben. Und hier wird es auf jeden Fall eine ganze Menge sein, das kann ich euch schon mal sagen. Wir haben Sachen im Gesamtwert von über 10.000 Euro für das Projekt organisiert und wir werden über 800 Kilometer zu Mohamed fahren, ihm das Ganze vorbeibringen, das gesamte Setup flott machen, ihn dabei unterstützen, dass es auch alles funktioniert und ihr werdet natürlich mit dabei sein. Und ich will gar nicht so lange um den heißen Brei reden. Und ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt die ersten Sachen an, die wir für ihn vorbereitet haben. Kommt mal mit. So Leute, hier sind wir vor der neuen Kulisse und ich hätte gesagt, ich stelle euch nicht nur stumpf die Komponenten vor, sondern wir bauen direkt auch den PC zusammen. Macht, denke ich, am meisten Sinn. Und ich hätte gesagt, wir legen direkt los mit dem Mainboard. Und zwar haben wir hier dieses Schätzchen bekommen. Das ist ein Asus ProArt Z690 Creator und das ist ein ziemlich besonderes Mainboard. Genau, das ist eben aus der ProArt Serie. Die ProArt Serie ist quasi die Serie von Asus, die für Creator ist. Und auch unser lieber Mohamed ist ja ein Creator. Deswegen hier mit ordentlichen Anschlüssen am I.O. ausgestattet. Wir haben hier zweimal Displayport, einmal HDMI, zweimal Thunderbolt 4. Zusätzlich auch noch 10 Gigabit LAN. Das haben auch nicht viele Mainboards. Das ist eine super Sache. Außerdem gibt es noch ganze vier M.2 Slots, was auch ziemlich cool ist. Und ja, eine dicke Spannungsversorgung, 16-phasig und ich glaube, das lässt halt einfach keine Wünsche übrig, das Board. Und ist natürlich für so einen Creator-PC eine ziemlich coole Plattform. Außerdem finde ich, sieht schon ziemlich cool aus. Ist halt einfach mal eine komplett andere Optik. Sieht man nicht oft so. Ist halt keine Gaming-Optik, sondern einfach mal ein bisschen was anderes. Bin ich ein großer Fan von. Auf diesem Mainboard kommt diese schicke CPU zum Einsatz. Das ist der i7-12700KF von Intel. Das heißt, aus der neuen Older Lake-Generation und wie ihr alle wisst, kommt hier die neue Hybrid-Architektur zum Einsatz. Das heißt, wir haben acht Performance-Kerne, wir haben vier E-Cores, insgesamt 20 Threads und einen Turbo-Takt von bis zu 5 GHz. Also ordentlich Power, nicht nur für Gaming, sondern eben auch für Creator-Aufgaben. Das heißt, auch für Videoschnitt und Rendering eine ziemlich gute Wahl, die CPU. Und die werden wir jetzt hier einsetzen. Wie ihr seht, ist auch noch nicht ausgepackt. Und das schöne Teil setzen wir jetzt hier in den Sockel ein. Also CPU ist drin. Genau, so muss es sein. Als nächstes müssen wir natürlich den RAM einsetzen. Und hier haben wir insgesamt 32 GB mit 6000 MHz von G-Skill DDR5 natürlich. Auch ziemlich schicker RAM, ne? Das sieht schon ziemlich clean aus, ne? Also schwarzes Board mit dem schwarzen RAM. Schon cool. Als nächstes ist unsere M.2 SSD dran. Und zwar ist das hier diese Samsung 970 Pro mit 1 TB Speicher. So, also machen wir den Slot mal auf. Haben wir hier das neue Feature. Das ist die sogenannte Q-Ledge. Da kann man quasi werkzeuglos die M.2 SSD einbauen. Und schon ist die SSD fest. Ist schon ziemlich angenehm gelöst. Jetzt hätte ich fast vergessen, hier noch den Kleber abzumachen. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen vom Wärme-Lightpad. So, also unser Mainboard ist jetzt fast fertig bestückt. Das einzige, was noch fehlt, ist die Halterung für unseren CPU-Kühler. Und beim CPU-Kühler haben wir natürlich auf eine AEO-Wasserkühlung gesetzt. Und zwar dieses schöne Stück hier, die Strix LC 240. Und da müssen wir jetzt erstmal die Halterung für die Pumpe anbringen. Ist auch beschriftet, Intel 1700. Ist der Sockel, den wir hier haben. Das ist nämlich tatsächlich ein Problem bei vielen aktuellen Kühlern, dass sie noch gar nicht geupdatet worden sind auf den neuen Intel-Sockel. Und wie man hier sehen kann, ist auch ein ganz schönes Feature bei den Asus-Boards. Die haben halt noch Bohrungen für die alten Kühler quasi. Und für die neuen Kühler. Das heißt, ihr könnt auch eure alten Kühler, wo ihr noch nicht die neuen Mounting-Kits habt, weiterverwenden. Und ja, einfach eine ganz schöne Sache. Jetzt mal die Backplate dran. Dann kommen hier die Standoffs hin. Jetzt ist das Mainboard hier, der Sockel auch schon vorgerüstet quasi. Wärme-Light-Paste ist vorher aufgetragen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich meine, so wird einem halt ein bisschen Arbeit auch abgenommen. Also jetzt, wo wir unser Mainboard ausgestattet haben, kommen wir auch direkt zum nächsten Teil. Und zwar bereiten wir unser Gehäuse vor für den Einbau. So. Und zwar haben wir hier ein Pure Base 500DX von BeQuiet. Eins von meinen Lieblings-Cases. Und natürlich genau richtig für das System. Weil das hat ordentlich Airflow und starke Komponenten. Wollen natürlich auch ordentlich gekühlt werden. Und wie ihr sehen könnt, alles auch noch original verpackt. Ich hätte gesagt, ich nehme auch direkt schon mal das Seitenpanel ab. Dann können wir nämlich einen kleinen Blick ins Gehäuse werfen. So sieht das gute Stück nämlich von innen aus. Hier sind insgesamt drei BeQuiet-Lüfter schon vorinstalliert. Das sind 140er-Lüfter. Einer hinten, einer oben. Und einer müsste vorne drin sein. Genau. Da werden wir Folgendes machen. Und zwar werden wir versuchen, die AEO-Wasserkühlung oben einzubauen. Weil das der beste Standort ist für die Kühlung. Und dann würde ich den Lüfter quasi nach vorne setzen. Das heißt, wir haben von vorne mehr Airflow ins Gehäuse. Und mit der Luft arbeitet dann oben unsere AEO-Wasserkühlung. Und sieht natürlich cooler aus, wenn die RGB-Lüfter oben sind. So, wir haben für euch das Ganze jetzt mal kurz übersprungen. Wir haben hier das Netzteil eingebaut. Den einen Lüfter von oben nach vorne gesetzt. Und ja, dieses ganze Kabel-Eingestecke haben wir euch mal erspart. Im nächsten Schritt kommt jetzt das Mainboard in den PC. Wir können das im Prinzip einfach nur, zack, hier einfach nur hier rein machen. So, da muss nur noch festgeschraubt werden. Also, alle Schrauben drin. Und im nächsten Schritt schließen wir schon mal die Kabel-Sleeves an, die wir vorbereitet haben. Damit das Ganze nachher auch schön elegant aussieht, sag ich mal. Einmal den 24-Pin ATX vorbereiten. Und dann haben wir noch 4 plus 6-Pin hier oben. Also, den Kabelsalat, den kannst du dir schon mal anschauen. Den werden wir nachher richten, ohne dass ihr das Ganze miterleben müsst. Aber im nächsten Schritt bauen wir jetzt erstmal die AEO-Wasserkühlung komplett ein. Jetzt müssen wir nämlich den Radiator hier oben einbauen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir die Wärmeleitpaste hier nicht verschmieren. Also, Lüfter sind drauf. Okay, machen wir sie so fest. Hier oben noch die Schräubchen rein. Und dann ist unser System eigentlich schon bald komplett. Gut, also AEO fest. Und im letzten Schritt müssen wir dann nur noch den Pumpenblock hier aufsetzen. So, Leute. Schaut, wir haben die AEO-Wasserkühlung eingebaut. Haben alles schon mal verkabelt. Die Wasserkühlung ist angeschlossen, auch mit USB. Ja, das wollten wir euch jetzt hier alles nicht präsentieren, weil es halt relativ unspektakulär ist. Was wir jetzt noch zusammen machen ist, wir ziehen hier die Folie ab. Und jetzt kommen wir natürlich zum interessantesten Teil. Denn Asus haben uns eine RTX 3070 Ti gesendet von Nvidia. Aber, das wäre ja nicht PimpMyPC, wenn es hier nicht noch ein kleines Upgrade gäbe. Darum machen wir da draus eine Nvidia GeForce RTX 3080. Also nochmal ein kleines Upgrade für den PC. Ja, ich weiß, auch eine 3070 Ti ist auf gar keinen Fall schlecht und auch nah an dieser Karte dran. Aber es ist halt keine 3080. Und wir werden hier eine 3080 einbauen. Und ja, das werden wir jetzt machen. Also hier ist sie ausgepackt. Echt eine mega schöne Karte. Und einer der Gründe, warum wir uns für die Karte entschieden haben, ist natürlich nicht nur die immense Leistung von der 3080. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Sondern wir haben hier natürlich auch die ganzen Nvidia-Features. Da ist vor allem NBank für uns interessant, weil Mohamed streamt ja auch. Und mit NBank ist man dann natürlich deutlich flexibler. Weil man kann über die Grafikkarte streamen, ohne dass man zusätzliche Last auf der CPU hat. Ja, unsere CPU ist auch ziemlich stark. Aber wenn man hier die Möglichkeit hat, es auch über die GPU zu machen, ist natürlich ziemlich cool. Und Nvidia hat auch noch zusätzliche Features über Nvidia Broadcast. Das heißt, man kann zum Beispiel Hintergrundgeräusche entfernen oder den Hintergrund komplett entfernen. Und natürlich gibt es auch noch DLSS. Kennt ihr alle. Das heißt, man kann Spiele, die eigentlich nicht laufen würden oder Auflösungen, die eigentlich nicht laufen würden, trotzdem spielen. Und Raytracing ist natürlich auch am Start. Deswegen RTX 3080 meiner Meinung nach die beste Wahl für das System. Und ich bin mir ziemlich sicher, Mohamed wird sich auch ziemlich über die Karte freuen. So, dann ist unsere Karte jetzt auch sicher im PC eingebaut. Und im Prinzip ist das Letzte, was fehlt, nur noch die Verkabelung von der Karte. Auch da haben wir uns natürlich schöne Kabel-Sleeves organisiert, damit das Ganze am Ende cool aussieht. Die machen wir jetzt hier rein. Eins, zwei und drei. Schon ein schönes System geworden. So, da ist schon ordentlich was drin in dem PC. Da haben wir wieder ordentlich was geschaffen hier. Und wir werden jetzt hinten alles verkabeln. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, der PC ist jetzt fertig verkabelt. Und wir haben auch noch das ein oder andere Upgrade vorgenommen. Wir haben hier vorne noch einen kleinen RGB-Stripe eingebaut. Damit es noch ein bisschen mehr RGB-Beleuchtung gibt. Weil RGB kann natürlich nie schaden. Ansonsten ist der PC mehr oder weniger fertig. Wir haben zwar noch ein paar kleine Upgrades geplant. Die wollen wir euch noch nicht verraten. Aber ihr habt es vielleicht vorher schon gesehen. Mohammed sitzt im Rollstuhl. Und deswegen werden wir hier noch ein paar besondere Sachen an dem PC machen. Dass ihm das Ganze nachher auch ein bisschen einfacher gemacht wird, mit dem PC zu arbeiten. Gerade was so ein bisschen die Ports angeht und sowas. Aber da könnt ihr auf jeden Fall noch gespannt sein, was wir da machen werden. Habt ihr so mit Sicherheit auch noch nicht gesehen. Jetzt hätte ich gesagt, schauen wir, ob der PC auch funktioniert. Weil wenn er nicht funktionieren würde, wäre er natürlich nicht so gut. Also stecken wir mal das Kabel ein. Schalten das gute Teil an. Und. Ja, genau so. Scheint zu laufen. Perfekt. Und es bleibt natürlich nicht nur beim PC. Wir haben noch ein bisschen was vorbereitet. Und das zeige ich euch jetzt. Denn zu jedem richtigen PC gehört natürlich auch ein richtiger Monitor. Hier haben wir von Mohamed einen Asus ProArt Monitor organisiert. Das ist ein richtig, richtig nices Teil. Das ist der PA-328CGV. Ja, ich weiß. Komplizierter Name. Aber der Monitor hat es wirklich in sich. Das ist ein 32 Zoll Monitor. Der hat WQHD-Auflösung, ein IPS-Panel, HDR600, echte 10 Bit, 165 Hertz Bildwiederholrate, 100% sRGB, 95% DCI-P3 Farbraumabdeckung. Also mega farbgetreues Gerät. Und ist sogar ab Werk kalibriert. Quasi die eierlegende Wollmilchsau unter den Monitoren, könnte man sagen. Was auch noch besonders cool ist an den Teilen ist, die haben USB-C-Anschlüsse. Das heißt, man kann unter anderem zum Beispiel auch ein MacBook oder sowas anschließen. Oder halt generell Laptops. Aber ich kann euch sagen, es bleibt nicht nur bei einem von den Monitoren. Sondern wir haben insgesamt drei Stück für den guten Mann organisiert. Das heißt, drei 32 Zoll Monitore. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, das alles an dem Schreibtisch anzubringen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Das sind quasi drei Monitore, jeweils einen Wert von, ich glaube, aktuell über 800 Euro. Also wie gesagt, wir haben uns hier nicht lumpen lassen. Das gibt schon ein richtig, richtig nice Setup. Wir haben schon Bock drauf. Das ist natürlich noch nicht alles. Wir haben nicht nur ein PC und nicht nur Monitore. Wir haben auch noch richtig, richtig geile Peripherie. Und wir haben auch noch ein paar richtig coole andere Sachen geplant. Drum um das Setup. Also was Streaming angeht und sowas, was die Kamera angeht. Wir haben einige Sachen geplant. Das wird auf jeden Fall ein richtig cooles Video, wenn wir die ganzen Sachen bei Mohammed vorbeibringen. Wird nicht lange auf sich warten lassen. Und es wird natürlich nicht nur bei dieser Special Edition Pimp My PC bleiben, sondern es wird bald auch eine richtige Season 2 geben. Dazu gibt es mehr Infos im Laufe von diesem Projekt hier. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir sind auf jeden Fall mega gespannt, wie das Ganze bei Mohammed ankommen wird. Wie das Ganze funktioniert. Ob wir es alles hinbekommen, das da umzusetzen, so wie wir es uns vorgestellt haben. Aber das erfahrt ihr alles in den nächsten Videos. Wie gesagt, wir sind gespannt. Wir hoffen, ihr auch. Und bis dahin, Leute. Haut rein. Und bis dahin.